Moinsten allerseits! Sie haben sich für das Spiel Vereine auf Vinyl entschieden und zu dieser ausgezeichneten Wahl möchte ich Sie zunächst einmal herzlich beglückwünschen. Auch wenn Fußballlieder keinen musikalischen Beitrag zum Weltkulturerbe darstellen, so sind sie ja doch ein irgendwie faszinierender Ausdruck von Fankultur, finden Sie nicht? Als leuchtendes Beispiel dafür möchte ich an dieser Stelle mal persönlich auf den Super-Pauli-Rap verweisen. Das Ding ist doch ein Knaller! Und dieses Quartettspiel hier feiert spielerisch die Verbindung von Fußball und Vinylkultur. Es ist sozusagen eine Referenz an den Mut zur Peinlichkeit, ohne den diese Musik traditionsreicher deutscher Vereine wahrscheinlich nie entstanden wäre. Die eine oder andere Vinylscheibe gehört ja inzwischen sogar zum repräsentativen Archiv der Vereine, wie das dem Spiel beiliegende Poster ja auch zeigt. Immerhin 16 Vereine haben es auf die 64 Spielkarten geschafft. Und ihr musikalischer Support dürfte auch Nicht-Fußballfans in Erstaunen versetzen. Sang und Klang gibt es als pfiffige Kurzkritik fürs Auge und zur sofortigen Überprüfung fürs Ohr, dank QR-Code. Ja, ich glaube, den muss ich nicht weiter erklären. Den QR-Code haben wir ja während der Corona-Krise schon leidlich kennenlernen dürfen. Direktes Reinhören via Smartphone bringen Kick in jede gesellige Runde. Zu Hause, in der Fußballkneipe oder auf der Fahrt zum Auswärtsspiel mit dem eigenen Verein. Da kommt Stimmung auf. Da ist Freude drin. Das Vereinsmusikalische Quartett, ein Spiel voller Retro-Charme für die Fans von heute und die ganze Familie. Für Jung und Alt. So, nur aber genug mit Werbegesappel. Sie haben ja anscheinend schon alles ausgepackt und möchten anfangen zu spielen, wissen aber offensichtlich noch nicht, wie Sie das anstellen sollen. Richtig? Richtig. Klar, denn sonst hätten Sie ja nicht mich, Ihren akustischen Bedienungsanleiter, eingeschaltet. Falls Sie jedoch noch nicht alles ausgepackt haben sollten, würde ich Ihnen an dieser Stelle jetzt schon mal empfehlen, kurz die Pausentaste zu drücken. So, die Höhlen sind inzwischen gefallen und schon geht es weiter, und zwar mit den Spielregeln. Vorweg sei noch erwähnt, dass es zwei verschiedene Spielmöglichkeiten gibt. Erstens das Quartett bilden und zweitens das Trumpfen. Vielleicht gibt es aber auch noch viel mehr Spielmöglichkeiten, auf die wir Duzzles noch gar nicht gekommen sind. Also, falls Sie weitere Vorschläge haben, schicken Sie uns die gerne zu. Und zwar per Mail. Und zwar an mail-at-buschfunk.com Aber jetzt mal wirklich zu den Spielregeln der ersten Variante. Das Quartett bilden. Nachdem Sie die Spielkarten mit Werbe gemischt und verteilt haben, schauen Sie sich diese erst einmal in Ruhe an. Genau, ja, genau so. Ganz in Ruhe. Wir haben Zeit. Wir nehmen uns die Zeit. Nehmen Sie sich aber nicht zu viel Zeit, sonst werden Sie schnell von Ihren Mitspielern beschimpft, gehänselt und gegretelt. So, sollte nun jemand bereits vier zueinander passende Karten von einem Verein auf der Hand haben, darf und muss er diese jetzt offen auslegen. Hat jemand vier gleiche, also ein Quartett? Nein? Nicht? Na gut. Schade. Hm. Dann fahren wir halt fort. Der Spieler oder die Spielerin links vom Kartengeber darf nun beginnen und fragt im Uhrzeigersinn den nächsten in der Runde nach einer fehlenden Quartettkarte. Zum Beispiel nach der A3. Hast du die A3? Ne, hast du nicht? Hast du die A3? Ne, hast du auch nicht. Hat keiner die A3? Ja, ist anscheinend eine Kackkarte. Ist ja auch eine Kackautobahn. Immer voll, immer Stau. Ja. Hat der Gefragte diese Spielkarte, muss er sie natürlich herausrücken und der Fragesteller darf den nächsten Spieler befragen. Immer im Uhrzeigersinn. Wenn der Befragte die gewünschte Spielkarte jedoch nicht besitzt, so ist es an ihm, beziehungsweise an ihr, das Spiel fortzuführen. Und so geht es im Uhrzeigersinn munter Reihe um. Weiter und weiter. Wer vier gleiche Spielkarten, also ein Quartett erspielt, legt dieses sofort aus und darf von einer der Karten via QR-Code einen Jubelsong abspielen. Ja, da kommt dann Leben in die Bude. Und wer am Ende die meisten Quartetts besitzt, hat gewonnen. Ja, ist doch eigentlich ganz einfach. Kommen wir nun also zur zweiten Spielvariante, zum Trumpfen. Auch bei dieser Variante werden die Karten vorab kräftig gemischt und gleichmäßig auf alle Spieler verteilt. Allerdings dürfen sich die Spielleute vorab die Karten nicht anschauen. Sie sind vielmehr als Stapel von jedem Spieler auf der Hand zu halten. Lediglich die oberste Karte wird umgedreht und ist nun von der Vorderseite sichtbar. Und zwar nur für den Spieler, der die Karte besitzt. So. Und wer links vom Kartengeber sitzt, beginnt nun und bestimmt eine Kategorie. Zum Beispiel Spieldauer. Alle Mitspielenden nennen die Werte auf ihrer obersten Karte und wer den besten Wert hat, erhält alle Karten von den anderen Mitspielern und darf weitermachen. Bei gleichen Werten gibt es eine Stichrunde in zwei Varianten, von denen eine natürlich vor dem Spiel festzulegen ist. Variante 1. Es gewinnt die Karte, dessen abgebildeter Verein in der ligaübergreifenden Bundesliga-Tabelle aktuell besser liegt. Nicht ganz einfach, weil muss man immer eine Bundesliga-Tabelle dabei haben oder man muss googeln. Variante 2. Es werden beide QR-Codes auf der Kartenrückseite abgespielt und ein neutraler Mitspieler oder Zuschauer entscheidet, welches das bessere Lead ist und den Stich gewinnt. Und ich sage euch, da kommt dann richtig Stimmung in die Bude. Da geht's rund. Da kreist der Blogger. Ja, und wer am Ende die meisten Karten auf der Hand hält, der hat gewonnen. Das ist ja nun wirklich simpel. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Spielen und ich drücke die Daumen. Viel Glück, sagt Axel Prahl. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020